Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, hier haben wir aufgehört und jetzt wird Zeit, die Kristalle zum Leuchten zu bringen. Ja, das machst du sehr gut, Adreus. Und jetzt wird ein Schuh draus. Ja, ja, schauen wir mal. Jetzt kommt da vielleicht eine Antwort raus, die du lesen kannst. Wunderschön. Was muss ich jetzt machen? Ritz es mal in den Sand. Na, mein Gratus hinkt gerade fest. Ich bin mir nicht sicher, was ich drücken muss. Adreus, ich kann nur Adreus steuern. Kann weder vor noch zurück. E drücken bringt nichts. F drücken macht das. Mal wildes Spiel von mir. Freiheit, muss ich das sagen. Geh doch raus hier. Okay. Jetzt geht's weiter. Sehr gut gemacht, Junge. Weiß ich doch nicht. Der stampft auf. Vielleicht müssen wir den jetzt bekämpfen. Ja. Sieht danach aus. Ne, gut. Dann wollen wir mal. Ah, das war ziemlich leicht aufzuschieben. Ja, das machst du ganz gut. Ich bin froh, dass du hier mitkommst. Ja. Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagt immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hildifilk. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt Riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur andere. Okay, das ist ein Argument. Interessant, dass Riesen auch klein sein könnten. Das wusste ich noch nicht. Da oben sind Gegner, die aufs Maul wollen. Genauso wie die Vase. Ich hoffe, die hier oben haben aber mehr als sechs Hackfilber dabei. Sehr gut. Er leucht uns den Weg. Dann werden die Feinde uns zumindest sehen, dass wir hier ankommen. So. Das passt. Da ist nichts mehr zu looten. Weiter geht's, Junemann. Guck, da kannst du noch raufschießen. Da darf ich raufschießen. Her mit dem guten Zeug. Her mit dem guten Zeug. Hoffentlich noch mehr gutes Zeug hier in der Truhe. Äh, Schuppenarm-Schienen der Konzentration. Schauen wir uns später an, ob die uns wirklich so viel konzentrierter machen. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Ja, ist gut. Ich hab dich vernommen. Ich hab leider keine Ahnung, was ich hier machen soll. Vielleicht war das der falsche Weg. Und das hier ist der eigentliche Weg. Oh, das sieht zumindest ganz okay aus. Ach, ich fühl mich wie Obelix bei Asterix und Obelix. Nein, schon wieder so ein Biest. Warum? Wir haben keine Zeit, Junge. So. Au. Lass mich doch mal hier in Ruhe zielen. Kann man ja hier nicht mehr konzentrieren. Ohne Angriff. Und Tschüss. Junge. Da ist sie hinter dir. Allerdings gut. Nicht die erste Hexe, die wir sehen. Und bestimmt nicht die letzte. Komm ich an. Ich bin doch vorsichtig. Jetzt aber. Ja, weg mit dir, du Scheusal. Nein, die ist ja immer noch da. Ist sie down? Ja, sie ist down. Wunderbar. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Außer, dass ich damit deutlich mehr Leben und Engagement bei der Sache bin. Guck, da oben ist noch so ein Teil, das du abschießen kannst, Atrius. Das ist doch toll. Äh, da. Oh, gleich so viel Hacksilber für uns. Her mit dem Zeug. Ja, da wird sich der Händler freuen. Bin tatsächlich, glaube ich, einer seiner besten Kunden. So. Weiß nicht, ob man die Kameraden, kann man, glaube ich, hängen lassen. So, was willst du denn hier wieder von mir? Soll ich das einfach frei Schnauze machen? Oder gibt es hier ein System? Ich habe das Gefühl, das Spiel will, dass ich das mit System mache. Gehen wir erstmal hier hoch. Ist ja ein Kletterfahrt. So. Irgendwas hier noch. Ich sehe nur das Glockenspiel. Äh, kein Glockenspiel, aber hier. Das Drehding, das Drehding. Au, au, au. Wie kommst du denn so nah ran? Du warst doch noch ganz weit weg. So. Hast du den Kopf verloren? Und der hier gehört mir. Oder dir. Nimm ihn. Sehr schön. Au. Ja, genau. Lass mich in Ruhe. Boah. Entschuldigung. Ich bemühe mich besser auszusehen. Wie ich nicht draufgehe. Komm schon mit bloßen Fäusten. Und jetzt können wir ihn fertig machen. Ja. Bist du tot? Wo bist du hin? Alle erledigt. Ja. Nein, ich wollte doch zuerst das Help-Item. Und den Kollegen machen wir weg, bevor der noch zurückkommt. So. Jetzt aber. Wo soll ich das denn wieder reinstopfen? Hier in das Kristallteil. Wohl eher nicht. Kannst du da drauf schießen? Das macht aber nichts, wenn du da drauf schießt. Schade eigentlich. Junge. Noch ein Lichtkristall. Na zumindest kommen wir zu der Truhe da. Irgendwie zumindest. So rum. Das war die richtige Antwort. Dann hoffen wir mal auf die Reichtümer der Tiefe. Oh, da liegt sogar noch ein Typ drin. Seh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... Tot. Ich wollte eigentlich alt sagen. Aber tot passt auf. Na also. Dann hättest du mich ja gar nicht korrigieren müssen. So. Da ist auf jeden Fall noch so ein Ding. Weißt du, das war offensichtlich, dass es da blau geleuchtet hat. Oh, das sind Runen. BNR. Aber die leuchtet nicht. Ja, gesperrt. Also. Bluetooth N und R. Da haben wir ja genug von diesen Glocken schon gesehen. Weiß allerdings nicht. Hm. BNR. Wo ist denn der andere? Mach mal da noch Licht. Sehr gut. Guter Junge. Also das war das eine. Das ist das zweite. Wo ist denn das dritte? Vielleicht hier oben noch. Da oben ist es. Das wird dann... ...ein andere sein. Ah, da muss ich ein bisschen höher zielen. Bisschen niedriger. Ne, das ist ein falsches Symbol. Das ist zumindest ein B. Ein Bluetooth. Und es hat funktioniert. Da bin ich ja zufrieden. Dankeschön. Ich mag den Enthusiasmus. Nochmal Rah... Nee, Horn mit Blut mit. Ja. Gut für die Rage. Oh, hier geht es wieder so viel verwinkelte Wege, wo man lang gehen kann. Ja. Erstmal hier die Kisten noch von ihrem Leiderlösen. Ja, ich hätte früher auf dich hauen sollen. Das war mein Fehler. Jetzt hast du aber eine Chance zurückzuhauen. Der ist einfach abgehauen. Einfach abgehauen ist er. Ja. Was wollt ihr denn, ihr Trauger? Ich nicht. Ich bin bereit. Ich bin gut vorbereitet hier. Ah, das Kämpfen ist echt lustig. Na gut, da hinten brauchen wir aber unseren kleinen Kristall. Sonst wird das nichts. Da habe ich einen passenden USB-Port gefunden. Und da müssen wir jetzt damit auch hin. Ich wünschte, es gäbe ein Skill dafür, dass man mit den Dingern hier irgendwie schneller laufen kann. Weil jetzt über die ganze Brücke mit dem kleinen Kristall... Ich finde, Krator stellt sich hier auch ein bisschen an. Der Baumstamm vom Anfang war definitiv schwerer. Also würde ich jetzt mal schätzen. Kann natürlich jetzt auch ein richtig, richtig Tonnen, Milliarden Tonnen schwerer blauer Kristall sein. Ja, das glaube ich mal nicht. So, einmal draufschießen. Und dann einmal vorlesen. Sehr gut. Teilst du dein Wissen oder muss ich es nachlesen? Okay. Neues Wissen gefunden. Steht in der Datenbank. Falls wir es brauchen, wissen wir, wo es zu finden ist. So, den Kristall nähen wir mal mit. Okay. Wer die Frage... Nö. Nö, nö. Da benutzt man nicht das Seil, sondern wir nähen den Kristall mal mit. Wer weiß, ob er uns denn nicht noch hilfreich sein wird. So, auf jeden Fall mehr in die Richtung. Ich würde ihn aber tatsächlich hier mal kurz lagern. Vielleicht brauchen wir ihn ja nicht, aber falls ja, finden wir ihn. So. Eimerlicht. Sehr schön. Was haben wir hier? Ne Vase. Das ist immer ganz klasse. Und etwas mehr Loot. Hoffentlich keine Galionsfigur. Ne. Ein Artefakt Set. Und noch eine Vase. Mit minimalem Anteil an Hacksilber. So. Ja, den habe ich gesehen. Hey, meine Axt steckt ja fest. Gib meine Axt wieder. Dankeschön. Oh, was ist denn hier passiert? Da ist ja ein richtiges Gemetzel. Sieht nicht toll aus hier unten. Ich würde umdekorieren. Ja. Vielleicht sollte man das alles abfackeln. Das kann nicht gesund sein. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus. Nicht Riesen. Richtig. Die war auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja. Zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Ja, ich bin froh. So. Jetzt aber weg mit dem leichten Holztor. Die Statue. Die Statue. Die sind drüben. Sehr gut. Und guck mal, hier können wir auch rein. Bam. So. Den haben wir erledigt, bevor er uns angegriffen hat. Junge. War es zum Lesen. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Schön für dich. Das sieht hier aus wie so Bücherregale hinter denen irgendwas versteckt ist. Ich weiß ja nicht. Das sieht aus als, als gibt es da Geheimlinge. Weiß leider nicht, wie man die aktuell auslöst. Falls es denn welche sind. So, erst. Nein. Gerade noch rechtzeitig drauf gehauen. Vielleicht sollte ich erst mit dem Typen reden, bevor ich kündere. Aber das geht eigentlich. Das geht eigentlich nicht. Jetzt alles erstmal kaputt gemacht. Und dann können wir damit interagieren. Weiß ich nicht. Ja, eben. War es das schon? Ne, da sind noch Vasen. Weiß nicht, was die mir in dem Spiel angetan haben. Aber sie müssen vernichtet werden. So. Oh. Hallo, Kollege. Na, hat das was gebracht? Bin doch ausgewichen. Jetzt bin ich wütend. Papa ist wütend. Hey, der ist ja schon down. Das war aber ein dramatischer Auftritt von ihm. Ich dachte, jetzt kommt so ein Bossfight. Ich muss die Schale hier halt dran glauben. Nein, ich hätte mein Kristall gebraucht. Naja, vielleicht kennt man ja noch einen. Ist ja gut. Oh, ich war die ganze Zeit noch im Rage-Modus. Das war dämlich. Den hätte ich längst beenden sollen. Komm schon. Irgendwo muss doch noch so ein scheiß Kristall rumliegen. Äh. Ja. Axt. Au. Hat ja keine Axt ausgerüstet. Dann kann es nichts werden. Ja. Wir wollen immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Äh, dann warte erstmal, bis wir hier alles erkundet haben, bevor wir da reingehen. Also hier geht's auf jeden Fall höher. Wow. Der höchste Gipfel der Welt. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein. Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Wirklich? Na, das würde ich nicht glauben. Glaubt, ihr habt uns bewusst hierhin geschickt. Das ist auch so eine kleine Bonding-Tour mit unserem kleinen Spröschling. So. Das hat sich doch mal gelohnt, das hier zu looten. Leider habe ich tatsächlich das Gefühl, ich hätte meinen Kristall mitschleppen müssen. Allein für das Teil da hinten. Oder kann ich ihn hier irgendwie aus der Fassung bringen? Nö, aber wegen dem Kristall gehe ich jetzt auch nicht zurück. Irgendwie werden wir schon mal da noch weiter vorankommen. So. Hoch mit uns. Oh, da sind noch mehr Runen. Was steht da? Oh. Hoffentlich erschreckt er mich da nicht. Bin doch so schreckhaft. So, hier oben. Weiß ich nicht. Hängende Eimer. Kordel, umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Doct fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey. Wir haben doch diese Fackeln angezündet. Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Ich wollte doch jetzt nicht runter. Ich wollte nur den Weg nach unten ermöglichen. So. Na gut. Ich halte Augen und Ohren offen. Hier können wir auch runter. Ist das nicht schön. Und da ist sogar eine leuchtende Kiste. Boah. Also für Hacksilber lohnt sich die Episode auf jeden Fall schon. Ach Mann. Ich wollte nur... Schon gut. Oh. Was können wir denn da mit holen? Ist das so eine antike Clown-Maschine? So ein kleines Glücksspiel. Anscheinend erstmal nicht. Ah. Da gibt es die nochmal einen größer. Herz des Berges. Ich würde sagen im Herz des Berges. Äh. Ich glaube nicht, dass wir so leicht zum Gipfel kommen, mein Junge. Lass mich hier mal erstmal... Looten, was das Zeug hält. Oh. Rage. Ich gerate in Rage. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass wir gleich überrollt werden. Ja, dann komm doch mit. Du siehst doch ganz klar, was ich hier tue. Stehlen. Stehlen, was das Zeug hält. Das Ding wird nirgends hin. Was für ein Ding denn? Irgendwie muss ich die Kralle aktivieren lassen. Ja, Junge. Ich bin gerade noch beschäftigt mit dem Plündern. Na gut. Hier ist ein Rad. Müssen, müssen ja irgendwas damit schaffen. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Oh, Junge. Ah. Reicht doch auch. Oh oh. Oh nein. Das Seif steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Wie ja, mein Junge einfach beinahe zerquetscht worden. Oh je. Ja. Ja. Ja, ich greife doch gerade an. Was bielst du eigentlich, du Knirps? Ich bin aber so weit. So, einer ist down. Au. Na komm schon. Ja. Oh, hier sind ja noch zwei Leute. Na gut. Dann werde ich mal wieder wütend. Ach, ich bin doch nicht verletzt. Höchstens emotional. Tschüss. So. Ach, hier kommt man nicht hoch. Obwohl so gelb leuchtet. Na gut. Dann wollen wir erstmal das hier einsammeln. Und die Gesundheit da hinten. Ganz wichtig. Passt zu meinem Kampfstil. So. Muss ich hiermit noch was machen. Na gut. Hast du mich überzeugt, Junge. Oh. Kriege ich das Tor nochmal auf? Wir finden es bestimmt raus. Okay. Mein Sohnemann ist überzeugt, dann glaubt man ihm einfach mal. So, da kann man noch nicht durch. Dann wollen wir mal durch die offene Tür hier gehen. So. So, einmal Licht, bitte. Einmal den komischen Raben abschießen. Na, ich schaff's doch nicht. Okay. Hey, wie kommst du hier hin? So, der die Drogar im Berg geweckt hat. War ja klar. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht? Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen. Vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles. Hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein Hass auf Fallen auf. Dankeschön. Brock, was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen erhebiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichellecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet. Und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Ah, kreative Differenzen. Oh, Waffenverbesserungen sind verfügbar. Leviathan-Axt, oh. Die wohl nicht. Der Clown-Bogen kann verbessert werden. Alter, das kostet mich aber einiges. Erhöht den Feilschaden und schaltet neue Clown-Bogen-Fähigkeiten zum Kauf. Mit XP frei. Na, ob du mir hier 10.000 wert bist auf einmal? Anscheinend schon. Okay. Wunderbar. Dann einmal Schuppenarm-Schienen der Konzentration. Da habe ich nicht genügend Ressourcen für. Axtknauf. Vielseitiger Kriegergriff. Ja, können wir verbessern. Ist der überhaupt ausgerüstet? Ne. Ausgerüstet ist Stärke und Glück. Und der unten hat halt deutlich mehr Boni. Schauen wir mal. Den rüsten wir gleich aus, sonst lohnt sich das alles nicht. Und dann nochmal verbessern. Okay. Und nochmal kann ich nicht. Na gut. Dann kann ich irgendwas verkaufen. Vielleicht Ressourcen. 10 Stück Egris-Gold. Goldstücke vom Schatz des Seeriesen Ege gefunden. In dem Gewässern Midgards wird in einer Vielzahl von Herstellungsverfahren benutzt. Okay. Das kann man nicht verkaufen. Vielleicht die Artefakte. Bringt keinen Nutzen. Okay. Weg damit. Ja. Und viel mehr Geld. So. Wunderbar. Kaufen kann ich. Ja. Die geheimen Schulterwickel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Zauber. Symbol der List. Ein Zauber der Runenkraft um 3 erhöht. Ein Zauber der Abklingzeit um 3 erhöht. Und ein Zauber der Vitalität um 3 erhöht. Das brauche ich gerade alles nicht. Armrüstung. Ja. Die Geheimratschienen. Brauchen wir auch nicht. Herstellen. Oh. Ein Verteidiger. Kürass. Abwehr 30. Wow. Was ist denn hier ausgerüstet? Ach. Nichts von denen. Die werden mir hier ja nicht angezeigt. Aber hier ein Metallplatten Schulterding. Mit Stärke 20. Wow. Also Abwehr 30. Oder Stärke 20. Ne. Eindeutig das zweite. Da haben wir zwar nur Abwehr 22. Aber trotzdem. Also Metallplatten. Schulterschutz. Äh. Schulterschutz ausrüsten. Sehr gut. Das braucht man dann nochmal an der Armrüstung. Herstellen. Und dann sehe ich wieder gut aus. So. Und dann noch einmal die Hüftrüstung. Und dann ist mein schönes Geld wieder weg. Sehr gut. So. Das passt. Und dann. Was braucht Atreus? Oh. Das kann ich mir nicht leisten. Okay. Du kriegst irgendwann ein neues. Neues Oberteil. Wenn ich es mir denn leisten kann. So. Wir haben hier noch andere Axtknäufe. Gebogener Griff der Wiederherstellung. Stärke. Vitalität. Und Glück. Das gefällt mir natürlich auch. Wir haben gerade den Kriegsgriff glaube ich verbessert. Hm. Hier ist ein austarierter Griff der Wiederherstellung. Ist auch gut für Vitalität. Na gut. Stellen wir den mal her. Und rüsten ihn ausnahmsweise trotzdem aus. So. Jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin pleite. So kenne ich das von mir. Was hast du für Weisheiten? Hallo? Ja dann nicht. Na gut. Wir müssen wieder Sachen in unsere Rüstung reintun. Zu den Plätzen. Geprägtes Wappen der Beharrlichkeit. Geprägtes Wappen der Beharrlichkeit. Okay. Wieso sind die anderen vielleicht woanders rein verbaut? Muss ich die immer nur älter raus tun? Abwehr 2. Symbol des Trotzes. Okay. Das bringt mir alles nicht. Ja. Der Rest ist ausgerüstet. Wäre schön wenn ich das von hier aus rückgängig machen kann. Die Ausrüstung. Na gut. Das müssen wir jetzt nicht machen. Wir gehen einfach mal weiter. Kommen wir da noch hoch? Ja. Ja. Und hier ist eine kleine Höhle. Na komm. Gut. Die Kiste ist so langsam weggespawnt. Oh. Eine Kiste und nochmal Loot an der Klippe. Das ist natürlich hervorragend. Ich mag es wenn der Loot hervorragt. So. Ganz schön spinnenwebig hier. Was machst du hier wieder? Okay. Mal da runter. Au. Äh. Was war zu eng? Achso. Sicher doch. Ja. Mir geht es bestens. Mach dich bereit. Er ist immer bereit. So viel sind das jetzt noch gar nicht. Oder sie ist so mehr als ich sehe. Hier liegt auch schon ein Pferdeding. Nein. Was ist über mir? Was ist über mir? Ist das eine Spinne? Mach sie weg. Nee. Ist das freundlich? Nee. Ich will das doch nicht angreifen, wenn es freundlich ist. Das sieht so putzig aus. Ach, da ist ein Typ. Sehr gut. Das haben wir doch gut hinbekommen. Ja, das wirst du mein Sohn. Kommst ganz nach deinem Papa. Kannst du den bewegen? Sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. Ja, dann schauen wir mal. Machen wir das so Skateboard-mäßig? Oder wo muss ich denn hier drücken? Ich sehe doch nichts zum Interagieren. Ah, da. Na gut. Das sehe ich. Fertig. Dann wollen wir mal. Können wir damit die Tür auch gleich aufbrechen? Das wäre cool. Okay. Wir müssen wahrscheinlich hier dann, dass wir da rauf klettern können. So, das passt. Aber hier gibt es ja auch noch was zum Aufmachen. Na, zumindest ein bisschen Loot ist hier. Ja, mein Junge. Alles zu seiner Zeit. Okay. Den Salamander müsste man, glaube ich, echt nicht töten. Der tut einem nichts. Ist mir auch ganz recht. Ja. Gut. Hier soll nichts geschehen. Ich versuche nicht mehr auf dich zu hauen. So, hoch mit uns. Das hat doch ganz okay geklappt. Ja. Fast wie geplant. Sehr schön. Man soll ja Brücken immer bauen und nicht einreißen. Da bin ich, glaube ich, ganz in Ordnung drin. Kann ich nicht einfach tot bleiben. Na gut, dann nicht. Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir haben es hingekommen. Ja, ist ein schöner Angriff hier. Können wir nicht viel gegenwehr leisten. Und wir haben jetzt schon Stufe 4. Auch sehr interessant. So, runter mit der Kette. Auch von mir aus können wir auch noch oben bleiben. So, das gleiche Spiel hier drüben anscheinend nochmal. Ja, mit meinem Hacksilber. Oh. Wer will aufs Maul? Ich hau doch drauf. Also den Zerreiß-Move mag ich. Das muss ich zugeben. Au. Ja, ganz schön stark. Mein Papa ist ganz schön stark. Ignorier es. Ich weiß. Basta! Na gut. Aber hier ist zumindest ein Aufgang. Ich glaube, den können wir brauchen. Echt? Ich komme nicht über diese kleinen... Doch. Hätte mich auch sehr gewundert. Hey, da liegt nochmal was. Nee, das ist nur so eine Laterne, die da oben hängt. Na gut. Die will anscheinend hängen bleiben. So. Oh. Schuppen-Hüftschutz der Konzentration. Wo geht's denn hier weiter? Da geht's auf jeden Fall lang. Ob's weitergeht, weiß ich noch nicht. So. Meine Bandscheibe. Kaputt. Lass sie zurück. Was ist kaputt? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Oh, ja gut. So. Einmal Durchgang aufgemacht. Hier war das Teil, was da oben hängt und nichts bringt. Na gut. Eine Kette, die wollen wir sofort nach unten befördern. So. Da ist auch noch eine Kette. Vielleicht ziehe ich einfach mal dran. Ah, das macht das große Tor auf. Mensch, hab ich Arme, Muckis. So. Ein Glück bleibt das Tor oben. Und ich schätze, jetzt muss ich den Karren weiterschieben, dass wir auf die Seite da kommen. Und da kommen wir definitiv noch nicht rein. Na gut. Dann wollen wir mal schön aus dem Rücken, nicht aus den Beinen. Oh, da sind Vasen. Halt mal an. Vasen zerdeppern. Hat sich gelohnt. Plus drei Hacksilber. Und bisschen Gesundheit war auch drin. So. Bringt das jetzt was? Kannst einfach weiterschieben. Ja so. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ort dafür ist. Oder kann ich die Felsen damit zertrümmern? Weiß ich echt nicht. Tja, Atreus, du gibst mir zwar gute Hinweise, aber dein Vater ist ein bisschen langsam. Wir müssen das Seil lösen. Kannst du uns mit dem Wagen darauf helfen? Gut, jetzt kommen wir an den Felsen rein. Halt doch die... Halt doch an. Der schiebt es mich dahin, wo es ihm beliebt. Da hat er nicht aufgehört. So, stopp, 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 stopp. Gut. Das grüne Zeug nehme ich. So, rauf mit uns. Und rauf mit uns. Na also. Wer ist da vorne? Die Ratte? Oder ein Seil. Hier ist auf jeden Fall eine schöne Truhe. Und da gibt es ein riesiges Seil. Ah. Ich nehme ja nur das Nötigste. Was ist denn das? Falkenflug. Runenbeschwörung. Beschwört Spektralfalken, die sich in den Boden stürzen. Na gut. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist im Vergleich zu den Ruhnen, die ausgerüstet sind. So, die Kette können wir natürlich auch auf den Boden werfen. Warum hier aufhören? So. Weg mit den Vasen. So können wir uns beim Händler immer schön viel leisten. Ach, kein Problem für mich. Hui. Hui. Schön aus dem Rücken. Am besten ruckartig. Ja, ich drück doch. Hui. Jetzt bekommen wir das Seilrad in Gang und schaffen es nach oben. Ja, also. So. Einmal noch aufsammeln. Und hier war ja gleich der Abgang. Dann machen wir mal einen Abgang. Schau wieder so einer. Ich bin auch bereit. Bist du ein Riese oder bist du einfach nur hässlich? Komm schon. Rage. Ja. So will ich das sehen. Schön auf die Eier hauen. Hau ihm immer auf die Eier. Nicht aufs Knie. Okay. Entschuldigung. Ich könnte noch mal so einen Schub voller Rage gebrauchen. Bin vorsichtig. Wieso leuchtet der jetzt so schön wieder? Äh. Was willst du von mir, Kollege? Gehauen werden? Sag das doch gleich. Au. Kämpf doch mal gegenseitig hier. Dachte, ich bin rechtzeitig ausgewichen. Au. Und tschüss. Ich verabschiede mich. Ne, gut. Sag, wenn du bereit bist, Junge. Na gut. Schön auf die Rübel zielen. Ja. Hält mal die Klappe hier, du Vieh. Du lenkst mich nur ab. Schnell weg hier. Komm schon. Na komm schon. Oh, noch so einer. Ich sollte die Gesundheits-Items nicht immer vor dem Kampf aufnehmen. Au. Nein. Überhaupt nicht. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Toll. Das hätten mir was gebracht, wäre ich in der Nähe gewesen. Naja, vielleicht schafft man es schon. Ich darf nur keinen Treffer mehr abbekommen. Gut gemacht. Gut gemacht. Sehr gut, Junge. Da liegt Gesundheit. Hui. Sehr gut. Er ist ja gut. So. Noch ein bisschen Brauger. Ja! Wir haben es noch geschafft. Wir haben es noch geschafft. Das sieht immer so schmerzhaft aus für meine Feinde. Na, ich würde sagen, das war sauber gelöst. Und guck mal, der hat so viel schönes Zeug fallen lassen. Frostflamme, legendär. Unmögliches Material, den der Zorn der Flammen und die Härte des Eises innewohnen. Sie wird durch mächtige Kämpfe erzeugt. Damit kann die Leviathan-Axt verbessert werden. Wunderschön. Und was war das? Der Fluss aus Messern. Schwerer Runenangriff. Ein zerstörerischer Angriff. Mit einer Reihe von Eissplittern, die Frostschaden verursachen und Gegner bei Berührung in die Luft schleudern. Oh. Nee, wir haben uns doch nicht verirrt, mein Junge. Wir haben gerade einen Riesen besiegt. Bist du verwirrt? So, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht, nachdem wir hier das noch aufgesammelt haben, tatsächlich schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.